Sag mal, ist das nicht die Bekloppte? Sag nicht Bekloppte, die ist nicht besonders hell, aber die ist wirklich in Ordnung. Oh, zu spät. Hallo, Vanello! Bin die Ulla. Hallo, Tino. Na, kommst du aus mit Kino? Ja, war aber ganz blöd. Ich bin früher rausgegangen. Das war wieder so ein doofer Kurzfilmabend. Bei dem einen Film, da ging es irgendwie um so ein grünes Segelboot und um Bier. Und dann einer, wo die Leute alle so verrückt am Strand rumtanzen und Eis essen. War die Musik gut, muss man sagen. Und dann einer, wo sich so ein Typ immer so in eine Düne reinfahren lässt. Aber ich meine, ich hatte den schon mal gesehen und bin nicht rausgegangen. Ja, ich muss jetzt weiter. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss, Tim. Tschüss. Mein Gott, die ist ja wirklich unfassbar bescheuert. Aber echt. Ich meine, das klingt nach total geilen Kurzfilmen. Komm, lass uns da reingehen. Was? Nee, jetzt komm. Komm, das ist ausverkauft. Ja?